Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Auf diesem Kanal werden ab sofort jeden Tag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie jetzt kostenlos diesen Kanal. Los geht's! Karriere Zunächst mögen Sie von den riskanten Ideen eines anderen unbeeindruckt sein. Bei näherer Betrachtung werden Sie jedoch feststellen, dass diese Ideen viel solider sind, als Sie zunächst dachten. Kurzum, lehnen Sie nichts ab, ohne es vorher gründlich zu prüfen. Gesundheit Die Planeten werden Ihnen heute etwas zum Nachdenken geben. Vielleicht taucht aus dem Nichts eine neue Attraktion in Ihrem Leben auf, oder ein zufälliges Wiederauftauchen einer alten Flamme. In jedem Fall müssen Sie auf Ihr eigenes Verhalten achten, um sich selbst und der anderen Person treu zu bleiben. Tun Sie, was Sie fühlen, und versuchen Sie, alles, was Sie tun, zu fühlen, anstatt sich im Moment mitreißen zu lassen. Bleiben Sie geerdet durch Sport und eine gesunde Ernährung. Liebe Sie versuchen nicht gerne, andere Menschen zu Dingen zu überreden, die Sie eigentlich nicht wollen, sondern ziehen es vor, zu leben und leben zu lassen. Unter dem heutigen Aspekt scheinen Sie sich jedoch über einen geliebten Menschen aufzuregen. Irgendetwas an ihm stört Sie und bringt Sie dazu, ihn ändern zu wollen. Sprechen Sie taktvoll und mitfühlend mit ihm, denn das ist wahrscheinlich der beste Weg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!